Bisher haben wir alles immer im ViewModel gemacht, aber was gehört jetzt eigentlich in die View und wie rufe ich das dann vom ViewModel auf? Ja, das erfahrt ihr in diesem Video. Im letzten Video haben wir diese kleine App gemacht, wo wir einfach Personen hinzufügen können in diese Liste. Und ich weiß, es gibt natürlich jetzt die Möglichkeit, wenn hier Vorname, Nachname etc. nichts ausgefüllt ist, dass wir hier das AddPerson durch das Command Pattern entsprechend deaktivieren. Aber ich möchte diesmal was anderes zeigen, nämlich es gibt Funktionalitäten, die gehören in die View. Bisher haben wir die gesamte Logik in das ViewModel programmiert und haben das CodeBehindFile einfach ignoriert. Also die View, die personalize.xaml, hat ja ein CodeBehindDatei. Diese CodeBehindDatei heißt personalize.xaml.cs, da ist der C-Sharpcode drin, ähnlich wie in Windows Forms. Und die beiden sind eine Partial Class, das heißt, .NET geht dann her und kompiliert diese beiden, also dieses Xaml und diese beiden Windows sozusagen zusammen. Zu einer Datei, zu einer Klasse Partial Class, das ist nichts anderes als eine Klasse mehrere Dateien aufgeteilt. So, aber jetzt gibt es tatsächlich Funktionalitäten, die hier reingehören. Denn was ist die Zuständigkeit dieses ListViewModels, also dieses ViewModels? Die Zuständigkeit dieses ViewModels ist, alle Daten und Funktionalitäten bereitzustellen, die Logik sind, die die View braucht. Und hier kommt es, die Logik sind. Also, es ist nicht Aufgabe des ViewModels, UI zu machen. Aufgabe des ViewModels ist es nicht, eine Messagebox anzuzeigen, einen Dialog anzuzeigen, einen Open File Dialog anzuzeigen, also zum Datei auswählen oder eine Fehlermeldung oder was ähnliches. Das ist nicht Aufgabe des ViewModels. ViewModels stellt die Daten und Aktionen zur Verfügung, die die View braucht, macht aber selbst keine UI. Die View ist dafür zuständig, UI zu machen. Und jetzt wollen wir eine Messagebox, eine Fehlermeldung anzeigen. Und zwar wollen wir die Fehlermeldung anzeigen, wenn wir auf diesen Button klicken, also in diesen Add Person Command, wenn das ausgeführt wird, aber wir keinen FirstName und LastName haben. Dann wollen wir, dass eine Messagebox ausgegeben wird, eine Fehlermeldung. Und wie machen wir das jetzt? Nun ja, das eine ist, Messagebox anzeigen ist eine Sache, die der View gehört. Messagebox ist eine View. Man kann es sich auch so vorstellen, eine Messagebox braucht eine User Interaktion, nämlich das OK klicken. Das blockiert die gesamte Applikation und lässt sich dadurch auch nicht Unit testen. Beim Unit testen, automatisierten Testen, gibt es keine Variante, die das sinnvoll erlaubt. Aber trotzdem müssen wir es machen. Also geben wir diese Funktionalität, die Fehlermeldung anzuzeigen, ShowError nenne ich es mal, in die View. Messagebox.show Please enter value at FirstName and LastName. So, und diese ShowError Methode, die muss jetzt natürlich irgendwo ausgeführt werden oder aufgerufen werden. Und jetzt haben wir das folgendes Problem, wer sich an das Schema erinnert. Die View kennt zwar das ViewModel, aber das ViewModel kennt die View nicht. Die View kennt das ViewModel, weil wir in der View hier als WindowData-Kontext das ViewModel instanziert haben. Das ViewModel selbst weiß das aber nicht und kennt das nicht. Also, wie machen wir es? Bei der Oberflächenprogrammierung bietet sich eines etwas an, immer an, und das sind Events. Events gibt schon andere Videos dazu, könnt ihr euch anschauen. Also machen wir kurz ein entsprechendes Event. Public Event vom Typ Event Handler. Und dieser Event Handler heißt jetzt Missing Data. Also wir machen ein Event Missing Data und dieses Event wollen wir jetzt feuern, für den Fall, dass hier eben Vorname, Nachname leer ist. Also hier ist das Command, das ausgeführt wird und sagen, If New Person First Name, also String is Null or Whitespace First Name, oder String is Null or Whitespace New Person Last Name, dann freuen wir dieses Event. Missing Data, also natürlich nur, wenn sich jemand darauf registriert hat. Missing Data, Fragezeichen, Punkt Invoke. Und der Sender ist This und Event Axe Empty. Der Sender ist immer der, der das Event sozusagen auslöst. Und das machen wir nur, wenn das nicht der Fall ist, also nicht im Fehlerfalle. Und durch dieses Event, das wir hier feuern, das ist Missing Data, können wir jetzt die Methode aufrufen, denn in diesem Code Behind haben wir ausschließlich pure View-Logik. Also eine Messagebox anzeigen, einen Dialog öffnen, das ist pure View-Logik. So, und wie mache ich das jetzt? Also, ich gehe mal zu dieser Personalist und habe jetzt mehrere Möglichkeiten. Machen wir es so, machen wir es hier gleich mal im Konstrukt, dass wir sagen, okay, wir holen uns dieses Personalist View-Model wieder raus aus dem Data-Context, also Personalist View-Model, Data-Context, einmal gecastet, Data-Context ist ja ein Objekt. Und jetzt können wir sagen, okay, Missing Data plus ist gleich, wir registrieren uns auf dieses Event. Machen wir gleich unanonym. Hier wäre der Sender, hier wären die Event-Args. Und dann sagen wir, okay, wenn das aufgerufen wird, machen wir die Methode ShowError. Also wenn dieses Event gefeuert wird, rufen wir die ShowError-Methode auf. Und jetzt haben wir im Data-Context, also in diesem View-Model, genau die Logik, die wir brauchen. Nämlich nur Logik, keine UI. Wenn das Command ausgeführt wird, prüfen wir, ob das in Ordnung ist. Wenn es nicht in Ordnung ist, werfen wir ein Event, das nicht in Ordnung ist. Und ansonsten machen wir, was es soll. Wir schmeißen es in die Liste rein. Und durch diesen ganzen Event-Stack sozusagen werden die UIs aktualisiert. Und wenn die Fehlermeldung auftreten soll, dann wird hier die Message-Box aufgerufen. Also, wenn wir aus der View-Model die View aufrufen wollen, oder etwas, was mit View zu tun hat, was das View-Model nicht kennen soll, dann brauchen wir ein Event, das wir feuern. Ja, und wenn wir wieder Infos zurückgeben wollten, sollten, dann brauchen wir im View-Model wieder entsprechende Eigenschaften. Kurz mal ausprobiert, ob das so auch wirklich funktioniert. Und dann sehen wir hoffentlich gleich eine Fehlermeldung. Please enter value at first name and last name. Genau, und wenn ich hier was reingebe, Max, Muster, Sales, AddPerson, dann ist er da. AddPerson, ich bekomme eine Fehlermeldung. Also, so ruft man vom View-Model die View auf. Viel Spaß beim Ausprobieren. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.